Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Heute zu einer neuen Folge, in der ich mit dir das Thema Karma und Schicksal mal von einer ganz anderen Seite beleuchten möchte. Ich spürte schon den ganzen Tag, dass etwas anders war als sonst. Meine Stimmung war sehr tiefsinnig und ich wurde immer wieder von längst vergangenen Erinnerungen heimgesucht. Das Grundthema war Zurückweisung. Ich erinnerte mich ganz plötzlich daran, wie ich mich als Dreijähriger aus meinem Paradies gestoßen fühlte, als mein kleiner Bruder zur Welt kam. Meine Mutter hatte gefühlt nur noch Augen für ihn und ich fühlte mich als kleines Mädchen ab diesem Zeitpunkt plump, dick, unbeholfen und dumm. Und ich schien in den Augen meiner Mutter, alles falsch zu machen. Während jeder Pups dieses kleinen Neulings lautstark bejubelt wurde, wurde an mir nur rumkritisiert. Ich erinnerte mich an mein Gefühl als Kind, welches mich täglich begleitete. Es war ein Gefühl, welches jede aufkommende Freude, jeden Stolz über eine neu erlernte Fähigkeit, jedes gemalte Bild, jede Liebesbekundung meinerseits im Keim erstickte. Mag sein, dass ich dies alles falsch eingeordnet habe. Mag sein das nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass dies meine Wahrnehmung gewesen ist. Dunkle Wolken zogen in meine Welt ein und die ließen sich einfach nicht auflösen. Meine Welt blieb so wolkenfragen, bis meine Mutter in einem plötzlichen Autounfall starb. Ich war damals gerade zwölf Jahre alt und natürlich war das ein großer Schock für uns alle. Doch war auch ab dem Moment eine neue Freiheit für mich fühlbar. Denn mit meiner Mutter ist auch ihre ständige Kritik verschwunden. So nach und nach fing ich an, neben dem Schock und dem Verlust, auch all meine neue Freiheit, mich zu entfalten wahrzunehmen. Diese Freiheit, mein Ding zu machen, ist eines der ganz großen Geschenke in meinem Leben, welche ich durch diesen schlimmen Schicksalsschlag erhalten habe. All das reflektierte ich in den unterschiedlichen Facetten an diesem Tag. Gegen Abend wurde die Energie immer dichter und ich hatte Mühe, die Augen offen zu halten. Ich legte mich ganz kurz hin und nahm in diesem Moment wahr, wie mein Bewusstsein in ein Strudel hineingezogen wurde. Ein Strudel aus vielen bunten Bildern und eine nebelartige pulsierende Struktur zog mich in sich hinein. Ich war dabei, in eine Trance zu fallen. Kurz weckte ich ab, ob ich bereit dazu war oder ob ich an diesem Punkt aussteigen wollte. Ich entschied mich für die Trance. Ich hatte Zeit und irgendwas sagte mir, dass es wichtig war, diesem nachzugeben. Es war sehr spannend. Mein Körper pulsierte mit dieser nebelartigen Struktur im Einklang, bis er sich irgendwie aufzulösen schien. So fühlte es sich zuerst an. Doch war es eher so, dass mein Bewusstsein sich von meinem Körper löste und ich immer tiefer in Trance fiel. Ich spürte die Stimme meiner verstorbenen Mutter. Also wirklich genau so. Ich spürte sie. Hören konnte ich sie nicht, doch dieses Spüren ließ mich jedes Wort so klar verstehen, als ob ich sie hätte hören können. Sie sagte mir, dass nun der Zeitpunkt für einen Neubeginn gekommen wäre, dass eine neue Freiheit nun meine nächste Ebene wäre, die ich betreten würde. Damit dies geschehen könne, müsste ich mich nun von ihr lösen, also sie loslassen und es würde mir auch noch ein schönes Geheimnis gelüftet werden. Das war richtig spannend, fast magisch. Plötzlich spürte ich meinen Körper wieder, zumindest mein Herz klopfte lauter und schneller als gewöhnlich. Daraufhin zeigte sich mir ein Bild, wie sie und ich uns an unseren Unterarmen festhielten und langsam glitten wir auseinander. Unsere Hände rutschten ganz langsam unsere Unterarme entlang, bis unsere Hände sich erreicht hatten. Wir hielten uns noch kurz an den Händen und dann lösten wir den Griff und strichen jeden Millimeter unserer Hände und Finger wahrnehmend auseinander. Sie fiel vor meinen Augen in die Tiefe, wie jemand, der im Wasser untergeht und immer weiter von dir weg sinkt. Ich war in diesem Moment überrascht, dass ich zwar Traurigkeit fühlte, doch fühlte es sich richtig an. Ich stand da und beobachtete, wie sie immer weiter verschwand und plötzlich fing mein Bewusstsein an, ihr zu folgen. Ich fiel immer tiefer und somit auch immer tiefer in Trance. Wieder spürte ich ihre Stimme. Sie sagte mir, dass sie in mir weiterleben würde. Ich spürte, wie ich mich gegen dieses Klischee innerlich wehrte. Das war keine taugliche Aussage für mich und diese Plattitüde passte nicht in diese Situation. Daraufhin zog mich meine Mutter sozusagen in meine Adern. Wir befanden uns also in der Tat in meinem Blutkreislauf. Wir waren in diesem Moment zu dieser Flüssigkeit geworden, die beständig durch unser aller Adern fließt. Sie lachte und sagte zu mir, jetzt versuche mal, dich von mir zu trennen. Das geht nicht, sagte sie weiter. Ich habe mich damals nur von der Welt, der Dinge und der Formen zurückgezogen. Dies ist eines der großen Lebensgeheimnisse. Verstirbt ein Lebewesen geht sein Bewusstsein in die Nachkommen über. Das ist ein ziemlich großes Ding, denn hier wurde mir auch gezeigt, dass das Bewusstsein auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig existiert, doch eben auch in den Nachkommen. Das gilt übrigens für jedes Lebewesen, auch für Pflanzen. Sie zeigte mir in diesem Moment auch all meine anderen Vorfahren, welche noch durch mich durchflossen, sozusagen in mir wohnten. Das war eine ziemlich verrückte Situation, aber total klar und auch nachvollziehbar und spürbar auch. Also das war wirklich toll. Wir verfolgten diesen Strang der Vorfahren sehr weit zurück und sie zeigte mir auf, was vor allem meine weiblichen Vorfahren alles durchgemacht hatten. Während ich geschockt war von diesem unermesslichen Leid, welches meine Vorfahren ertragen haben, strömte das Bewusstsein meiner Mutter unglaublich viel Liebe und Dankbarkeit aus. All das haben sie für dich und für mich getragen, sagte sie. All das brauchen wir nicht mehr erleben. Wir tauchten ein in die Erlebnisse meiner Mutter zu ihren Lebzeiten und sie zeigte mir voller Liebe, dass ich all ihr Leid nicht erleben brauchte. Und dann zeigte sie mir mein Leid aus meiner eigenen Kindheit und bis jetzt all die Irrungen und Wirrungen und sie sagte mir, dass all das meine Tochter nicht mehr zu erfahren brauchte. Eine große Verbundenheit mit meinen Vorfahren durchströmte mich. Eine ungeheure Kraft war in mir spürbar, welche von ihnen zu kommen schien. Meine Mutter verriet mir, dass die Vorfahren eines jeden Menschen in ihm weiter wohnen und den Lebensweg prägen. Hieraus ergibt sich das von uns so benannte Karma. Somit liegt einerseits seitens der Ahnenlinie immer eine riesig große Hoffnung auf den Nachkommen und jeder Fortschritt wird immens gefeiert. Doch andererseits ist sich der Stamm auch bewusst, dass diese Linie noch weit fortbestehen wird. Somit sollten wir Menschen uns entspannen. Jedes Leben sei nur ein Versuch, es besser zu machen. Das Leben eines jeden Einzelnen ist aus dem Kosmos heraus betrachtet vergleichbar mit der Dauer eines Wimpernschlages. Dieses könnte eventuell den Ausdruck, das Leben ist nur ein Versuch, besser nachvollziehen lassen. Mir wurde in diesem Moment ein Bild gezeigt, wie eine Seele fröhlich in ihre Inkarnation springt und im nächsten Moment wieder heraushüpft. In dieser kurzen Zeit während ihrer Inkarnation bearbeitet die Seele ein Themenfeld ganz neu auf ihre eigene Art und Weise. Das meiste andere wird in der Regel dem bekannten Muster der Vorfahrenlinie folgen. Das war für mich eine extrem spannende Information, die begleitet wurde von Bildern und Gefühlen, die mir aufzeigten, wie humorvoll der ganze Prozess aus Sicht der geistigen Welt verfolgt wurde. Es schenkte mir den Einblick auf eine wundervolle Leichtigkeit sowie einer sich im beständig im Fluss befindenden Unterstützung derer, die vor uns waren. Meine Mom zeigte mir, dass ich mich nun als verkörpertes Bewusstsein eben an einer Spitze befinden würde, an der Spitze dieser Ahnenlinie und dass ich mich von allen Regeln, moralischen Vorstellungen und Erwartungen lösen könne. Also auch von den Erwartungen meines Umfeldes und auch den Regeln komplett. Es prägte sich ein Leitsatz für mich heraus und der war total spannend und den möchte ich einfach mit dir teilen, der betrifft letztendlich uns alle. Dieser Satz lautet folgendermaßen, also das war mit einem unglaublichen Gefühl verbunden. Jetzt bin ich dran. Ihr hattet eure Chance. Ich mache es jetzt so, wie ich das will. Und dieser Ausdruck schenkte mir eine enorme Vorschubskraft. Und dieser geschieht in völliger Wertschätzung derer, die vor mir waren. Haben sie doch erheblich zu meinem Sein und meinem Weg beigetragen. Das ist also frei von irgendwelchen Egoismus oder irgendeiner Ablehnung. So dieses, jetzt bin ich dran. Das ist so mit so einer Freude. Wow, jetzt versuche ich es. Ihr hattet eure Chance. Ihr habt es toll gemacht. Alles cool. Aber jetzt mache ich das so, wie ich das will. Und das ist echt mega. Vielleicht gibt dir das selbst auch was. Ja, du kannst völlig aus der Rolle fallen. Du kannst alles machen, was du willst. Probier dich aus. Es ging auch nicht darum, dass ich irgendetwas erreichen müsse, die Beste sein müsse oder alles richtig machen müsste. Dieses würde mir sowieso nicht gelingen. Denn wir als gesamte Menschheit, wir würden sowieso das Ziel verfolgen, welches, jetzt mal ganz einfach formuliert, die Liebe in die materielle Welt verkörpern wird. Dieses wird uns auch gelingen. Es sei ein Prozess, dem wir vertrauen können. Und jeder trägt auf seine Art und Weise dazu bei, jeder gibt sein Bestes. Und die, die nach uns kommen, vervollständigen dieses Ziel Stück für Stück. Das wird noch ewig dauern. Das ist ja, vielleicht auch ein niemals endender Prozess. Das weiß ich nicht. Aber wir können es echt locker machen. Es gab noch so viele weitere Infos. Doch damit würde ich wieder ein völlig neues Thema eröffnen. Vielleicht erzähle ich dir in meiner nächsten oder einer der nächsten Podcast-Folgen davon. Ich muss mich jetzt echt sowieso erstmal noch ein bisschen sammeln. Das Ganze geht so tief, dass ich weiß, wer mir von Herzen zuhört, wird bestimmt vieles von den Informationen erfassen können. Und doch ist mir total bewusst, dass ich die Intensität und die Ganzheit dessen, was da an Infos drin war, eigentlich gar nicht so richtig in Worte fassen kann. Worte machen das immer so klein. Ich versuche das dann zu erklären und so gut wie möglich rüberzubringen. Aber da war eine unglaubliche Kraft drin. Also mein Fazit, ja und somit auch mein Herzensimpuls für dich ist, löse dich von deinem Druck. Auch von dem Druck, Fehler vermeiden zu müssen. Du musst nicht perfekt sein. Lebe dein Leben in Freude und vor allen Dingen lerne auch, über dich selbst mehr lachen zu können. Versuche so gut es geht, dich und deine Seinspotenziale zu leben. Deine Seinspotenziale sind dir von Geburt an mitgegeben worden und sichern dir zu, immer in deinem vollen Potenzial, deiner vollen Kraft und Freiheit leben zu können. Das ist eine der besten Möglichkeiten, den kurzen Wimpernschlag mit so viel deines Seins wie möglich zu füllen. Solltest du deine Seinspotenziale nicht kennen, melde dich bei mir. Wisse, du bist ein Geschenk für diese Welt und du kannst nur versuchen, es auf deine Art und Weise zu erleben. So wie es dir eben möglich ist. Du wirst die ganze Zeit geliebt und unterstützt. Du kannst gar keine Fehler machen. Alles ist richtig. Deine Linda du kannst mich, auch mehr und coordinated werden, stark und